Ich unterhalte mich mit dem Schauspieler Thomas Kretschmann, der vor einigen Jahren nach Hollywood übergesiedelt ist. Und wir haben uns hier auf dem roten Teppich getroffen bei Cars, Disney's Cars, zweiter Teil von Cars. Ja, Cars 2, ja. Cars 2, genau. Vor einigen Jahren ist charmant, ja. Ich bin seit 14 Jahren hier. Das ist, also Sie sind seit 14 Jahren hier, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Eine ganz lange Zeit, ja. Und es gefällt Ihnen? Es gefällt mir gut. Sie wissen ja, wie es ist, wenn es gut läuft, gefällt es einem gut, wenn nicht, dann nicht so. Ja, aber ich habe meine Kinder, die sind ja da und es gibt immer noch ein Leben außer dem Filmquatsch. Und insofern geht es mir immer gut. Genau. Und Sie werden denn Ihre Kinder, da Sie hier schon einige Zeit leben, kleine Angelinos oder bleiben Sie noch ein bisschen mehr? Behalten Sie die deutsche Mentalität ein bisschen bei? Na, deutsche Mentalität haben Sie oder hatten Sie nie. Die Mutter ist ja Russin, sind hier aufgewachsen, geboren, aufgewachsen. Aber ich nehme sie halt überall hin mit. Und jetzt im Moment rede ich gerade in Italien. Bin extra für die Premiere hier gekommen und fahre nächste Woche wieder rüber und nehme sie dann alle mit. Also sie kommen viel rum und sind dadurch, haben sie auch so einen Blick auf die Welt, die so nicht typisch für Amerikaner ist. Hallo, hallo, hallo. So, wie fühlst du, all die Mädchen gehen crazy over da? Oh, wirklich, going crazy? Well, it's exciting to have a big premiere here on Hollywood Boulevard. Und I went to college my freshman year here in Los Angeles. I remember walking around down here. So, you know, now to be a part of something like this is amazing. And you are really the go-to guy for really sophisticated comedies and, I mean, you're doing a wonderful, wonderful job. When you look at your career, did you ever imagine this was going to be like that? I didn't. You know, you know, especially with the first movie that I did with my brothers and my friend directed. I never thought that, you know, that we would all be able to continue working and all, you know, have the success, you know, that we've been lucky enough to enjoy. It started out maybe as like a silly get together with your, it has become really a world career. It started out as, you know, I remember filming in Dallas, you know, right near the neighborhood where I grew up. Just in an alleyway behind a 7-Eleven doing a scene and thinking that, yeah, now that I would be here at a, you know, world premiere. Yeah, that's a long road. And you're breaking hearts on screen? Thank you so much. I don't know about that. Thank you. But it was a pleasure. Thank you. Thank you.